servus und willkommen zu going medieval wir sind dabei unsere kleine kolonie zu basteln und haben hier drei aussätzliche damen mariotta stonelt und tiffany und probieren dass die mal ein bisschen am leben bleiben die guten eine katze eine katze geil und dann gucken wir doch mal ja ich würde sagen wir müssen wir haben ja hier nahrung ob man das ist ein faustschild heilpaket heuballen siege bier bier ist wichtig kohle sammeln einfach mal da ist auch holz dabei oder das holz okay ich würde sagen wir machen uns auch hier so gut kommen wir da sind bären macht einmal das hier bitte alles weg ja dann könnte das da dann einmal weg holzen das passt hallo du darfst auch mitarbeiten das passt abreißen und dann mal gucken wie das läuft ich habe das vor ewigkeiten mal gespielt wenn wir verkacken einfach kacken was richtig aber ist auch schon bis länger her wir müssen da das wieder gut aus produktion basis eine holzwand dann würde ich sagen wir brauchen einen schlafsaal für die damen der muss jetzt nicht besonders hübsch oder groß sein das passt eine holztür aber ich glaube so ein holzfenster wäre auch ganz gut das abbrechen dann machen wir dann mal in holzfenster rein weil die guten sollen ja auch mal irgendwas nach draußen sehen dann ein holzboden das passt und dann brauchen wir noch ein bettchen warte mal da eine schlafstelle wie drehe ich noch mal da einmal zweimal und dreimal die haben nicht genug heu weil moment das ist keine verbotene kunst mehr genau jetzt dürfen sich auch das heu bedienen und aufbauen weil wir haben frühling das passt abend brauche noch ein dach über dem kopf das wäre auch nicht schlecht ein dach dann haben wir auch das dach fertig dann haben wir hier unser kleines häuschen wo die drei hübschen damen dann erst mal ihren tag verbringen können wohin sind das ganze entwickelt noch keine ahnung nicht genügend betten da sind wir dran baum ist lungen ja glückwunsch und man kann die ja glaube ich auch umbenennen oder kann man die umbenennen ja die fliebe angriffen sie ist gefühllos ja sehr gut und kannibale ja finde ich gut weil ich hatte ehe vor gehabt dass wir gegner einfach auf essen weil ganz ehrlich essen fleisch ist fleisch wen stört so aber ich kann bestimmt den namen von ihr irgendwie ändern also warte mal ja also na mariotta mariotta so bleibt erstmal hä was stimmt was 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 okay das ist neu dass die so einen daumen runter geben können was okay egal macht das erstmal fertig für alle die ihr auch hier teil dieser siedlung werden wolltet haut es in die kommentare dann werden wir dortbewohner nach und nach umbenennen beziehungsweise ihr könnt auch dann sagen ich hätte ganz gern dass mein dorfbewohner den namen xy trägt wir brauchen ein lagerfeuer das ist wichtig ähm ne fackel im korbstuhl der ist auch neu okay bei gammentisch alles später scheiterhaufen kaufmannsstand schild druck okay da kam doch einiges dazu ich habe das letzte mal gespielt aber stimmt ressourcen müssen wir noch ähm ein abfall lagerplatz ein bisschen was ist das lehm ja abfall kommt bis hin zur seite wir wollen keine pest haben kriegsführung kriegsführung bitte am haus ja am besten so dass wir in blick drauf werfen können und äh standard lagerplatz dann auf die andere seite würde ich sagen dass alles ein bisschen parat ist das passt ähm ja da haben wir die lagerplätze die werden jetzt auch hier nach und nach die sachen dahin bringen wo sie hingehören das passt was haben wir hier noch alles also eine ebene tiefer kamera die bäume ja genau und die dächer die habe ich immer ausgemacht weil ich würde auch ganz gerne mal reingucken okay da ist noch ein holzhaufen noch ist es nicht kalt weil wir später kalt wird muss man denen auch dann ähm in wärmestube bauen weil man kann dann hier reingucken und sieht dann ja wie warm oder wie kalt etwas ist und die können halt dann ist die tür aufgegangen für das kanickel ah ne für die katze für die katze kann ich auch umbenennen eigentlich ne ah katze ne die katze kann ich doch also wenn einer von euch die katze sein will dann äh raus die kommentare wenn mehr wenn mehrere leute die katze sein wollen dann gewinnt derjenige der auf seine kommentare mehr likes hat weil ich weiß ja dass katzen beliebt sind so produktion das weiß ich noch ich kann mahlzeiten produzieren und tierfutter okay tierfutter ist neu stimmt verwalten da war ja auch noch was ähm die fliehen einziehen wenn angriffe kommen ähm ja ich würde denen alle einfach in fernkampf waffe in die hand drücken kopfbedeckung ja kappen die sollen ja keinen dachschaden kriegen wenn irgendwas ist rüstung habe ich noch nix habe ich noch nix keine nahrung kannibale alle nahrungen alle stimulantien okay es gibt stimulantien okay das ist neu terminplan die kappen will nie um diese zeit schlafen okay was macht sie das glaubenslose metzgerin ja rolle keine uuuh okay ähm das ist alles neu da kam so viel stuff dazu leckgummi warum bist du traurig was ist dein problem ach die ist hungrig ähm ja warte mal da können wir doch was machen oder äh dann erntet das doch mal wir haben doch extra unser häuschen dahin gemacht weil da essen ist so da haben wir noch ein faustschild da ist noch bier ähm ein kurzschwert birkensetzlinge heu und hier hinten ist ja knochen okay da ist der müll so die haben ein kleines häuschen die können jetzt was mampfen aber wir haben direkt wasser zugang geil das heißt wir haben eine natürliche sperre hier schon mal das ist richtig geil und die zieht sich komplett über die flanke das heißt ich muss mir hier keine sorgen machen erstmal über angriffe weil die kommen später auch noch weil das ist nur provisorisch gerade wir müssen gucken dass wir uns gut positionieren ah wir sind doch okay ich glaube wir wir verlegen irgendwann auf die seite unser lager unser lager weil na komm werden wir sehen wir werden sehen wie es entwickelt die sind jetzt erstmal noch am sammeln und am mampfen und das passt so müßiggang Möbel Möbel in Forschungstisch der war wichtig aufbewohner sind untätig ja dürfen sie sein ah und noch eine Schlachtbank die kommt neben den Forschungstisch weil warum nicht ich würde das so machen Tiffany okay sie kann kochen okay ähm ah ne äh wo war das dann Tätigkeiten genau ah so war das so Tiffany du warst die die kochen kann ach stimmt da kochen Priorität oh jetzt eh schon auf hoch okay das ist eine Künstlerin und bauen okay und sie kann jagen oh widerspenstig ist sie okay das heißt sie macht dann keine kunst okay aber es ist ja schon sag ich mal in Ordnung gut Forschungsfenster ist freigeschaltet das passt gut Architektur ja erstmal ein Holzbalken der ist wichtig Landwirtschaft okay so unser kleines Lager hier ich würde das jetzt erstmal hier so lassen und mein Plan wäre quasi dass ich das erweitern nach und nach und quasi einen großen Schlafsaal später habe für alle die Idee hintendran ist einfach dass ich dann nur eine Wärmequelle brauche und die Dorfbewohner ja irgendwie gegenseitig sich ja auch dann noch wärmen du bist auch ein Kannibale okay Tiffany ist die einzige die kein Kannibale ist aber dafür ist sie schonungslos okay also ich muss ehrlich sagen ich kann es verstehen ich würde auch Menschen essen wenn ich hier mitten in der Wildnis bin und es kommt irgendein Arschloch vorbei der was Leder will ja dann wird der halt auch gegessen wenn er Pesch hat ähm Mahlzeiten gucken wir immer so ja komm die werden ja auch schlecht nach einer Zeit nochmal 6 Stück da haben wir für jeden 2 das ist in Ordnung die hat noch Bock es ist 20 Uhr ah was haben wir hier ah der Holzbalken genau das kann ich halt auch oh eine Holzleiter die war auch nicht vorher da es gab nur die Holztreppen aber wir müssen noch was gucken für den Müßiggang Backgammon ja das ist auch ein Spiel was ich nicht verstehe aber wenn er einer kocht können die 2 anderen beiden spielen das ist in Ordnung so und hier haben wir dann noch Landwirtschaft so Landwirtschaft Kohlfeld Dorfbewohner sind untätig ja wir machen mal hier ein kleines Kohlfeld und Johannesbeersträucher weil noch brauche ich ja nicht viel noch ist das alles entspannt warte mal nicht genügend Samen achso Moment Kacke abreißen und abreißen hab ich einfach nur Kohle Samen oder was ja ich hab nur Kohle Samen ok ok für 30 mal Kohle Langtos das gibt ordentlich Blähungen das merken dann die guten Damen auf dem Donnerbalken und auch alle anderen die später dazu kommen ok ach Bier ist eine Stimulanz ja ok domestiziert äh ok zugeordnet ist die Katze zu niemandem ok Wildtiere Wildschwein mhm schöne Wildschweinwurst haha da wär ich voll dafür so sie bereitet Essen vor wir haben was für den Müßiggang wir haben 22 Uhr Leute die Chance auf Gewitter und Hagelstürme hohe Temperaturen ok das hat sich auch alles ganz krass verändert und hier sehen wir es halt momentan wir haben 2,6 Grad draußen was ist ihr Problem also ich brauch Schlaf dann Mädel dann geh doch schlafen du hast doch ein Bett und der Terminplan sagt ah ab 23 Uhr schlafen ja jetzt jetzt könnt ihr Haier machen die Katze schläft schon die macht es richtig ja die Katze macht das richtig ja und gute Nacht so der erste Tag in freier Wildbahn in unserer Frauenkolonie ist überstanden ach stimmt hier neben könnte ich auch sehen was ich habe ich habe roten Johannisbeerkuchen ok so also falls einer fragt was wir spielen wir spielen überleben auf normal so jetzt mal kurz überlegen wie wir weitermachen wir haben jetzt einen Schlafsaal mehr was zu essen nicht genug Ressourcen ich glaube wir müssen noch ein paar Tiere jagen gehen Tiere töten klingt so böse wir wollen ja eigentlich nur ein bisschen was jagen ähm wo der ist tot verboten nein nicht verboten ran 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 da ok warum auch immer das Tier tot ist keine Ahnung aber das gibt Fleisch meine ganze Diät besteht momentan eh nur aus Fleisch und Gemüse Fleisch, Gemüse, Obst das ist momentan noch einer also also normalerweise wenn Tiere einfach so tot rumliegen glaube ich die waren krank aber ganz ehrlich was machst du denn schon wieder du mampfst wahrscheinlich oder nicht hungrig Stimmung neutral das finde ich gut sie schon fleißig am ja hier an am Kohlfelder anbauen das passt also ich denke mal wir haben erstmal den ersten Schritt erfüllt wir haben ah für immer ah bis guck mal da bis folgendes ok dann machen wir bis 20 bis 20 Nahrungseinheiten weil die werden ja auch irgendwann schlecht obwohl ich glaube 10 langt erstmal 10 lang glaube ich erstmal sie schläft noch ähm ja ok sie darf noch schlafen sie hat Freizeit also es gibt ja Menschen die brauchen ein bisschen mehr Schlaf als andere und äh ja die gute Stonald die darf dann auch ein bisschen higher machen wenn sie mag so ich würde sagen der nächste Projektabschnitt den wir dann in Angriff nehmen ist ein richtiges Lagerhaus würde ich sagen und ja ich finde es hier eigentlich na hier der Rand ist ein bisschen kritisch der muss sich dann noch ein Graben ausheben aber ich würde einfach mal anfangen obwohl da guck mal da sind Bären da kann man angeln gehen hm was spricht denn dagegen Kriegsführung und ein Stabfalle 10 aus Holz weil da hat es so viel Spaß damit gehabt Scheiterhaufen Kaufmann Stand und Schild ja ich, oh stimmt Schlachtbank den müssen wir auch noch besetzen Produktion bis folgendes erreicht ist 10 Stück das passt ja jetzt wird hier erstmal ein bisschen platt gemacht und ja da haben wir es ähm na komm für immer man kann nie genug forschen so Holzbalken es gibt Wildgänse wie geil ist das denn oh das ist ja was bist du ah ok Entschuldigung Entschuldigung du hast den Kadaver da oben gelootet ja du warst da oben bei dem Kadaver von dem Rotwelt die Krähe von Wick ist das ist das Pseudonym ok 57 Kilo schwer bei 57 ah ok ja ich will dir nicht zu nah treten aber ich glaube du bist etwas stämmiger meine Gute aber hey solange du dich wohlfühlst ist das in Ordnung 109 Kilo und 1,80 groß die ist ja fast so schwer wie ich und genauso groß ok 52 und 1,75 also ok dich muss man füttern und die anderen ein bisschen auf die E setzen hast du verstanden so aber wenn wir hier wir müssen kurz kurz planen ich kann ja hier quasi einen großen Garten anlegen das heißt Holzbalken ich mache hier erstmal dann auch ein Lager hin ja machen wir einmal das als Grundriss und ich kann ja noch buddeln Bergbau genau und dann tragt mir mal die Schicht ab ja weil ah ne das ist ja sau dumm das ist ja sau dumm was ich da vorhabe das ist ja sau dumm ne nicht buddeln nicht buddeln das ist ja sackenblöd ich wollte den ganzen Boden grad rausheben ne ne mach mir erstmal das Lager fertig so dann machen wir das so das passt ah Moment ne wir machen keine Fenster rein wenn keine Fenster drin sind wird es da drin kühler bleiben ne Doppeltür weil manchmal muss man eben auch viel Krempel da rein tragen ähm ein Holzboden das sorgt dafür dass zwar die kühlende Eigenschaft der Erde nicht mehr gegeben ist aber die Sachen verrotten auch nicht mehr so schnell weil sie nicht einfach auf dem Bodenpläne rumliegen so ist das Asche das ist ein Häufchen Asche ok das ist schon cool oh wir können die Ziege ja auch Trainingsversuche 1 kann nicht von Raubten angegriffen werden trainieren schlachten schlachten haha geil ok das wird dann gebastelt und oh passt da ein Dach drauf ja Dach passt da drauf wunderbar oh guck mal ich kann drüber Weidedach Holzdach Kalkstein Schindeldach ok also ich sehe schon wenn wir da ein bisschen voranschreiten werden wir nochmal 1,2 Sachen ändern müssen so und Standard Lagerplatz das wird dann hier rein verlegt ja und was haben wir hier das ist der Standard Lagerplatz ne Kriegsführung ist das das hier Standard Lagerplatz so und hier kommt bitte keine Kadaver keine Ausstellung Nahrung Material nein Samen ja Kriegsführung Butter kein Abfall keine Bücher keine Medizin keine Trophäen Strukturen Münzen nein ok da kommt das Essen rein das ist wichtig und hier kommt der ganze andere Dreck drauf obwohl Kadaver ja Kadaver ist in Ordnung aber Abfall muss nicht sein und hier oben Kadaver und Abfall ja genau das passt sehr gut dann haben wir hier schon mal was von mir Nahrung zwischen lagern können das ist gut und Fackel aus Holz ah es gab noch irgendwann welche die man an die Wand bauen kann die muss ich erforschen aber ähm Leute da liegt Fleisch einfach so rum äh ich hab 97 von ok Nevermind ich hab nichts gesagt Landwirtschaft haben wir Terraforming Kochbücher Erde und Hang das ist auch neu Möbel glaub ich Wandmontierte Waffenhalterung Dekorative Strukturen da gibt es so viel noch Holzwaffen Holzschnitzereien religiöse Strukturen oh was ist das ok Dekorative Banner Möbel ah Möbel da haben wir es doch Fermentieren Imkerei Teppichknüpfen Isherstellung was what the fuck da gibt es so viel Bau ach Brauen Brauen ok Forschung ok da ist ja echt noch einiges zu machen ok dann würde ich sagen gehen wir erstmal auf Möbel ähm ja das heißt wir müssen irgendjemanden verdonnern verlagern entfernen nein verwalten Terminplan Tätigkeiten da haben wir es doch wer von euch ist nicht auf den Kopf gefallen ähm Forschung Bauen ist wichtig kochen auch ich würde sagen kochen machen wir bei allen mal auf die 2 wenn gerade nichts anstellt sollen sie mal ein Buch schreiben das kann nicht schaden so das Lager ist auch fertig wunderbar freier Raum wird dann quasi das Lager für die ganzen Kohlköpfe wenn sie fertig sind das passt das heißt wir müssen dann auch lieber dieses Lagerhaus da kommt nur Nahrung rein das langt hier erstmal wir haben momentan auch nur ein kleines Feld wir haben noch 2 mal Kohl hohes Fleisch backte Mahlzeiten Eintopf Heilpakete Birkensetzling Eichensetzling Ah stimmt ich kann auch mal eigenen Wald dann an bauen irgendwann was haben wir da Eisenklumpenhaufen verboten ok sie schreibt dann hier schön ihr Buch ja wenigstens einer von euch der nicht auf den Kopf gefallen ist und guck mal sie hat keinen Hunger sie ist ausgeruht und sie ist fröhlich sehr schön sie hat ein Buch geschrieben das passt und bei uns läuft eigentlich alles supi wir können mal vorspulen weil wir machen ein bisschen Holz weg wir müssen hier warten bis bei der Forschung sich das ergibt ja verfügbar eins das ist nicht viel und ja dann mal gucken ähm ja ok da oben ist eine Ecke da kann ich auch schon mal anfangen und hier Bergbau guck mal mach mir mal den Streifen da weg mach mir mal den Streifen da weg oh wurde es dann geflutet das ist ja interessant jetzt jetzt bin ich mal gespannt ja man fängt auch ja gut ich würde sagen man fängt immer in der Mitte an aber ich wäre wahrscheinlich genauso ein Brain und würde auch in der Mitte anfangen obwohl ich muss ehrlich sagen Moment das lassen wir mal noch damit wir dann hier wenn das fertig ist das dann Stück für Stück abbauen können weil ich weiß ja dass manche NPCs nicht so smart sind äh Autospeichern Glückwunsch zum 41. Geburtstag so und dann ziehen wir das hier noch einmal bis nach unten und von hier dann auch nochmal rüber allerdings muss ich dann beim Bergbau die Rio ein bisschen noch runter nehmen Hä ok ok nur bis dahin ok weil es geht ja quasi darum ich will ja wenn ich angegriffen werde eine möglichst kleine Fläche bieten von wo der Feind aus kommen kann ja das ist in Ordnung weil da hatte ich hier einen Zugangsweg von unten aber es ist neblig und hier wäre schon eine Brücke bauen später aber das kann ich bestimmt fluten dieses kleine Flusstal hier ok da kann ich hier vielleicht sogar angeln hm ich sehe es gerade ich sehe es gerade wie viele Fische da schwimmen ein Hecht und oh Forelle mhm oh Aal geil ich will glaube ich ganz viele Aale fischen oh schön über Feuer geräuchert geil wenn ich wählen könnte zwischen Aal und Rotwild ich würde immer den Aal nehmen Stimmung naja denen geht es gut wir sind happy sie macht weiter Geschichte und die anderen heben diesen Graben aus und da werden sie halt noch mega viel Arbeit haben aber das ist gerade einfach für die Beschäftigungstherapie weil die haben noch alles die haben ja noch alles da ah Moment 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 wo haben wir den Bergbau 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 anfertigen kochen Bergbau ne ne bei allen auf 4 wenn irgendwas anderes ansteht macht ihr bitte erst was anderes weil das ist für euch wirklich nur Beschäftigungstherapie falls wir irgendwann mal einen Dulli haben schneidert was schneidert ihr denn äh das ist ein schneidern das ist Holzfällen ok nevermind es ist ja noch nicht ganz fertig wurde ja gesagt von daher kann es ja auch mal sein dass da ein bisschen was falsch übersetzt ist so was Gehegemarke ok ich glaube das wird hier echt noch relevant was für Tiere ich hier noch halte naja momentan ist es egal ja weil Moment ich kann irgendwo die Temperatur auch sehen ach genau da wo der Mauszeiger ist wir haben jetzt 11 Grad draußen und in der Bude ist es 5,8 Grad es ist schon mal ein bisschen deutlich kühler und damit dann auch wesentlich besser für die Lebensmittel aber hier drinnen 6,6 Grad ist es schon nett warm ich überlege gerade ob ich den Netz ja komm wir haben ja Lehm haben wir ja da dann baut euch mal so ein Ding weil ehrlich wenn ich jetzt pennen müsste und innen ist es 5,1 Grad leck mich am Backen nee das wollte ich nicht das wollte ich jetzt nicht kann man Backgammon alleine spielen ich habe keine Ahnung ich weiß nicht mal wie das geht Schach ja Backgammon nein so ja Tiffany komm ja einfach mal schön da rausgeprügelt und jetzt haben wir hier draußen 5,1 mit Nebel und innen 10,1 ok mit Nebel warte mal habt ihr das Fenster zugemacht? geschlossen macht mal einer das Fenster zu danke weil jetzt guck mal draußen 5,9 und innen 10,3 ok was ist los bei euch? ok ich dachte eigentlich dass diese Feuerquelle mehr macht aber anscheinend nicht ach etwas hungrig ok aber ist in Ordnung wir haben das da gebastelt wir haben das da ok wir müssen jetzt nach und nach noch gucken was wir machen Standardlageplatz ok was kommt hier nicht hin Nahrung kommt nicht hier hin Zutaten für Fermentierung Samen das kommt nicht hier hin weil das kommt da drüben hin genau dann brauchen wir eigentlich noch einen dann für die Ausstattung für eine Bibliothek und alles mögliche noch uh das wird noch einiges was da vor uns liegt so aber wir haben jetzt hier schon mal unseren Lagerplatz das ist gut ach kacke wenn ich da Feuer reinbaue dann wird es da drinnen ja auch warm ok die Probleme haben wir später wenn dann unsere ersten Lebensmittel anfangen zu verderben aber jetzt ist erstmal alles entspannt gut ähm Lebensmittel nochmal hier einmal abernten was da ist ja guck mal schwer nachgewachsen Johannisbeeren ist jetzt muss ich ehrlich sagen ist ein bisschen friemelig mit dem Pflücken wahrscheinlich ok oder oder man hackt es einfach klein ist in Ordnung so kann ich auch ernten aber Johannisbeeren ist schon was geiles muss ich ehrlich sagen was ok dann schreib mal was ist dein Problem hast du es verkackt zu ernten oder was ok so sie schreibt nochmal was macht die Forschung immer noch nichts 14 geringer Gebäudeschaden ok dann ist einer von euch im Nahkampf beknallt oh Meisterschütze 0 2 23 läuft bei dir ok du wirst dann mein Tank und nimmst dir eine Nahkampfwaffe eine Hand und ein kleines Schild eine Kappe ja und du bist dann jetzt halt ähm mein Tank alle Schilde und du brauchst auch einen Helm ich hoffe sowas habe ich hier irgendwo rumliegen noch dass ich dich dann vorschicken kann und die anderen beiden vor allen Dingen du mit 0 aber 0 und 1 und du hast wenigstens Bier im Nahkampf ja Forschung verfügbar sehr gut fermentieren Möbel 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 Bücherregal Steinsessel Brinkissen mit ja Holzsessel Bücher Wandregal Waffenständer einmal freischalten stimmt ach jetzt pisst es auch noch ok ich sehe ein Problem ich sehe ein Problem wenn es regnet wir müssen anscheinend doch noch eine Küche bauen Tauschhandel das ist neu bist du ein Siedler auf den Händler und willst du die Option Tauschhandel was freutlicher Besuch ein Händler untätig Bund der Wölfin ok wer von euch kann reden 11 6 6 6 ok Mariotta du gehst mal hin und redest mit dem Guten oder wie mache ich das denn jetzt Mariotta ah ok mit rechtsklick ok Mariotta ist die die jagen kann die nicht auf den Kopf gefallen ist und die reden kann sehr gut hallo 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 bleib doch mal stehen vor allem wir haben auch eine Tiffany hier bei uns hallo 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 bleib doch bitte stehen ich würde gerne mit dir in Tauschhandel beginnen hallo hallo sag mal bist du auf den Kopf gefallen ok 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 ich kann was verlangen wenn ich dafür was ja ähnlich gutes gebe also wir heißen Hogwell wir haben auch eine Sau auf dem Wappen war klar bei mir ich kann die Katze weggeben was nee die Katze behalten wir Chroniken kann ich nur anbieten nee ich würde dir gerne erwerben das ist anbieten ich kann was haben wir Flachsamen gereifter Edelwein Gersten ein Hund ich kann auch einen Hund mir holen Johannesbeeren Kiefernsetzling Kohlsamen so jetzt die Frage wie viel Geld haben wir eigentlich haben wir überhaupt Geld Nein ich glaube nicht Milch Geh nochmal hin reden wir mal mit ihr jetzt läuft sie weg oder was warte mal wenn sie weg läuft dann Blachsamen was ist das überhaupt Samen gereifter Edelwein annehmen ah ok ach bin ich dumm Tauschhandel heißt ja ich krieg was von ihm und er kriegt was von mir ja gemäuhe genau das ist jetzt die Bringschuld die ich habe und die wird dann halt immer kleiner ok Katze gebe ich nicht her jetzt kann er knicken also jetzt könnte ich mir den Hund holen aber ich würde eben auch die Heilpakete dafür opfern und wer weiß wann ich schon mal Medizin habe wohl aber hier die Steuerung gedrückt halten ja ne komm komm nein verhalte deinen Hund ich habe eine Katze alles gut aber einfach so aus Neugier kann ich sie auch jagen kann ich sie töten jetzt geht das hinspringen zur Ebene begeben Attribute Statistik ich kann sie nicht töten aber stimmt ich könnte mal gucken Inventar Attribute wie geht es dir? Stimmung ist gut sie durchnässt ah religiöse Aktivitäten wollen die haben durchnässt 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 ja durchnässt scheiße trink gutes Ale ja verstehe ich stimmt ihr wollt hier noch irgendwas ähm da ich nicht weiß ähm was für einem Gott ihr beten wollt machen wir hier einen Eichenbruder schreien und gegenüber dann den anderen schreien da kann einer von euch beten wenn der lustig ist ja ist in Ordnung Händler ist in Ordnung ja aber ich habe momentan noch nichts wo ich sagen kann kann ich jetzt entbehren großartig so das durchnässt ist ein Problem da haben wir das wäre eigentlich dann logisch wenn ich nebendran quasi die Küche baue habe ich hier meine Sachen und kann dann nebendran quasi die Küche bauen das wäre doch eigentlich schon gar keine so schlechte Idee ah Moment wir machen nochmal Fenster rein weil ansonsten sind die Orte ja zappenduschter und das ist halt auf Dauer auch scheiße Holzfenster einmal beimal dreimal passt Holzboden machen wir rein und ich überlege gerade ob ich das nicht einmal abreißen lassen soll und ich mache da eine Tür rein weil da kannst du von der Küche einfach da rüber gehen so weil da mache ich noch einen kleinen Holztisch da rein oder vielleicht auch ich mache einen mittleren Holztisch und dann können die auch gemeinsam essen weil alleine essen ist immer ein bisschen doof mache ich das so ah einfach Holzsessel komm ja so sind dann vier Sessel einer ist zu viel aber gucken wir mal dann machen wir hier noch eine Feuerstelle rein soll auch gemütlich werden ähm so und dann brauchen wir die Schlachtbank die kommt in die Ecke und das Lagerfeuer und dann kann man hier quasi kochen und boah Moment ich bin ein Genius ich kann noch eine Wand da einziehen oder? warte das ist genau das Fenster gell das ist genau das Fenster im Weg ok aber ich kann ja quasi hier noch meinen Raum im Raum machen und kann dann da drin ja quasi dann das fertige Essen lagern ahhh so und hier wird dann nur gelagert erstmal gar nichts nur Nahrung nur Nahrung wird dort gelagert und hier keine Nahrung niedrige Nahrungsreserve auf dem Lager ok ist der ready? ich glaube der ist ready dann einmal abernten bitte ok die Händlerin geht wieder das ist in Ordnung und da muss ich doch ein Dach drauf ziehen nicht genügend Heu was? ach da fehlt die Tür da fehlt die Tür ich habe vergessen rein zu machen alles Tür rechts und links und dann das Dach so das passt wir haben Kohl was machen die Lebensmittel? Johannesbeeren haben wir Kohle haben wir rohes Fleisch so Tierfutter brauchen wir erstmal nicht Menge bis folgendes erreicht ist 20 du wirst abgerissen ok das ist noch alles ein bisschen im Rohbau aber ich sag mal die Grundidee ist nicht schlecht oder? was meint ihr? Nahrungsmittel sind hier hier vorne und nach außen rum will ich so eine Art Garten bauen da habe ich dann hier dann Zugang zu Frischwasser und ich habe dann hier auch noch Kohl und was noch später kommt und kann hier hinten dran quasi Tiere halten die ich dann hier direkt verwursten kann das finde ich gar nicht mal so verkehrt ich kann sie verwursten und kochen direkt das ist gar nicht so schlimm glaube ich die Ziegen Def Def Protokoll ja stimmt wer von euch will eine Ziege sein? Tribute Trefferpunkte Blut geil so wenn das fertig ist erstmal gucken uns fehlt Holz uns fehlt Holz ja dann einmal da hinten weghauen was da ist das passt ja errichte eine Verteidigungsanlage ne kann ich gerade nicht kann ich aktuell nicht weil mir dafür gerade die Ressourcen fehlen und außerdem was eine Stabfalle ne komm lass mal gut sein sie betet sie ist echt munter sie ist früh wach genau und sie ist fürs kochen zuständig das passt Künstlerin und bauen das gibt auch Sinn jagen ok das meine ich guck mal die holt ihren Krempel da raus kann es hier kochen und wenn es fertig ist kannst es da einfach ablegen kurze Wege kurze Wege ich glaube das ist tatsächlich gar nicht mal so doof gewesen von mir ich muss das ganze nur nach und nach dann gleich umbauen Moment weil ich glaube Lehm ist tatsächlich besser ja oh warte mal was wärmedämmung ist holz besser was ok ich dachte eigentlich das Lehm besser wäre für Dämmung als Holz aber ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt ja Baum ist Lungen Forschung verfügbar sehr gut fermentieren dekorative Strukturen Keramik Wandregal Terraformer ich glaube das ist wichtig ähm obwohl Schneidern Krankenbett Verteidigungsanlagen Versteckte Tür wäre auch wichtig glaube ich Kartograf ok oh Holzwaffen da muss ich hin ok aber die kleine Kolonie geht ihren Gang und ich finde es gar nicht mal so schlecht gerade warte mal da einmal alles wegsensen weil das ist nämlich das Heu was wir brauchen für das Dach ich muss ehrlich sagen das war jetzt die erste Stunde wir haben einen ganz kleinen Schlafsaal der muss noch umgebaut werden wir haben jetzt unseren Lagerraum wir haben Kohlernte wir haben eine Küche die halbwegs fettig ist ähm und ich finde ich habe es gar nicht mal so doof gemacht mit der Tatsache dass ich hier sage lagern kochen fertige Mahlzeiten und speisen weil ich glaube auch dieses gemeinsame Essen das trägt auch dann dazu bei dass die Leute sich einfach wohlfühlen aber das ok ja du bist glaube ich ein bisschen doof oder du stehst draußen im Regen ja nass mach Sachen schlief in geteilten Quartieren ja bescheiden aber hier guck mal aß an einem Tisch am Tisch am Tisch zu essen fühlt sich so zivilisiert an ja das ist doch geil mittlere Erwartungen anfänglicher Optimismus ok ja ja die Küche aber was da sind Wasserflecken in der Küche alter das ist richtig geil das war vorher nett gewesen so aber die Küche ist auch gleich fertig für nur zwei Streifen und dann ist die Küche auch wasserdicht von oben das ist gut Forschung verfügbar ja ich Verteidigungsanlagen was ist das denn Metallfalle ne ne gib mir mal lieber eine Holzwaffe ich könnte auch eigentlich jetzt einen kleinen Wall um mein Lager ziehen aber ich wüsste jetzt noch nicht warum klar man fühlt sich damit sicherer aber ich sag mal momentan ist alles hat die Ziege meinen Kohl gefressen hat die gerade meinen Kohl gefressen was oh was ist denn da aber los ach die haben Hunger wahrscheinlich ja und guck mal vor allen Dingen die augen sich hin an den Tisch und essen böser Traum ja und jetzt einmal kurz beten und dann ist gut oder etwas hungrig dann isst doch was Mädel aber ich find's eigentlich bisher ganz gut also Schlafsaal essen also kochen essen lagern ich find's eigentlich gar nicht mal so nicht genügend erlaubte Ressourcen was wir haben kein Holz doch wir haben doch Holz doch wir haben doch Holz komm dann haut doch mal weg damit alles für den Glauben so errichte deine Verteidigungsanlagen ja ganz ehrlich soll ich einfach so eine Zinne jetzt bauen oder was Spiel das heißt dann mach ich mal hier vom rotieren ja komm dann baut mir das Ding Alter dein Ernst habe ich hier einfach ja das wird jetzt jeden Angreifer abschrecken komm weg damit und das wird geerntet so ach du wirst wirklich dass ich das Ding habe ok Holzwaffen das ist wichtig so dann komm her ähm so so jetzt ist mein Schlafsaal gesichert ich hoffe du bist zufriedensspiel so das Dach ist jetzt auch fertig freier Raum es ist die Küche aber es ist in Ordnung so gut ey das läuft doch jetzt schon gar nicht mal so schlecht muss ich sagen wie gesagt wenn ihr einer von meinen Dorfbewohnern sein wollt oder einen umbenennen haut es in die Kommentare oh neuer Siedler Erlösung damit er wurde gegen eigenen Willen von leuchtenden Rittern verschleppt sagte sie entschuldige Frau Dermatter schließt sich bei Nacht davon barfuß auf holprigen und unaufwegsamen Straßen nimm mich auf bitte gib mich nicht auf flehte sie wirst du Dermatter aufnehmen suchende Paladine könnten folgen die Siedler knallten die Tür zu und ließen Dermatter draußen einige Siedler könnten eine negative Stimmungsmodifikate erhalten die Einwohner von Hockwell beschlossen ihr zu helfen ok das ist das was sie kann Kunst und Bauen gerissene Handwerkerin erwarte einen möglichen Angriff in ein paar Tagen komm wir nehmen sie auf ähm dein Ernst wie 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 äh hä wo kommst du jetzt her ja ist erstmal alles gut wir bauen hier noch ein Bettchen ok jetzt brauche ich dann wirklich dann gleich einen größeren Schlafsaal ähm ja komm so ein Suchtrupp trifft ein den warten wir noch ab den will ich noch spielen ein Tag 15 Stunden ok du stimmt keine Waffen doch die Nahkampf Waffe warum rennst du nackt rum alle Kleider ok sie hat einen Stab ein Speer ok äh das passt bauen um Künstler auch eins ok leidenschaftlich Terminplan das passt da hast du Freizeit und hier wird gearbeitet später muss ich noch die Arbeit verschieben dass einige Nachtdienst haben aber momentan passt das so für mich zum Beispiel bei einem zweiten Koch zum Beispiel würde ich halt sagen er kann auch halt dann mal nachts was kochen und der andere tagsüber das immer wieder alles gewährt ist von der Versorgung aber das heißt auch im Umkehrschluss ich würde nochmal gerne etwas jagen wo haben wir denn was keine Kanickel keine Wildsau kein Rotwild doch ein Wildschwein oh schöne Wildschweinwurst es schläft und es ist nicht hungrig der Trupp kommt dann quasi morgen ok wir haben vier Stühle das passt auch noch die Fenster ja sind ja die sind offen das passt das brennt noch stimmt da kann man auch noch irgendwie doch dann Protokoll Protokoll zeigen geht nicht ok Info das ging doch auch irgendwie kopieren ich habe gedacht das ging irgendwie so dass man auch sagen kann das wird dann ausgemacht ich glaube das das gibt es auch dass dann in Hausbewohner ach in Hausbewohner dass dann einer die Fenster immer wieder schließt und öffnet Wärmedämmung ja erstellt von Donald ist mit stabiler Struktur verbunden wahr das erinnert mich so sehr an meine Ausbildung zum Physiklaborant da mussten wir auch so Thesen belegen dann die wahr sind äh Dein Ernst mariotta mariotta ist bewusstlos möchte irgendjemand durchbohrter armmuskel durchbohrter magen ok es verliert blut ey und jetzt ist sie quasi dann hier ach die kacke köstlicher Traum warum warum eigentlich die ah ne sie hat sie jagt ne ne bist du dumm lass die Sau in Ruhe ne ne lass die Sau in Ruhe ne 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 du hast dich eben schon fast umgebracht mit der Sau etwas hungrig vielleicht vielleicht finden wir dann noch was anderes vielleicht noch irgendwo ein Reh was nochmal tot rumliegt was wir abernten können was ist das ein Fuchs guck mal ein Fuchs können wir doch auch töten hm wir töten es einfach den Fuchs Tätigkeiten wer ist ah deswegen sie ist bei Jagen auf der 2 stimmt deswegen ging nur sie los ok wir haben noch 20 Stunden bis der Suchtrupp eintrifft die Sau blutet aus geprellte Nase ernst warte mal steht ihr am Blutverlust dann können wir den kleinen Fuchs leben lassen weil ich mag Füchse ja welch meines Tod weil ich mag Füchse so ja du musst dich noch nach und nach heilen vermisst religiöse Aktivität da sind 2 Schreine machs beste draus du Sau das ist mein Fleisch das ist doch mein Fleisch das ist doch mein Fleisch der Suchtrupp trifft auch bald ein das passt beten ja wird langsam geheilt ist nass schlief im geteilten Quartier uninspirierend Dorfbewohner leidet unter Kälte ja die ist kalt wir haben draußen 9 Grad da drin ist es 15 Grad ja leg dich mal hin mach ein bisschen Haier dann wird der auch wieder warm das meine ich wir müssen das gucken deswegen brauchen wir noch bald eine Schneiderin oder irgendwas in der Art ja was haben wir da? Zweige ok hier nochmal abernten da oben und da haben wir auch ganz viel Baumaterial noch einfach rumliegen ok also wir haben erstmal noch ein bisschen Ressourcen gleich zum basteln das passt gut er speichert nochmal und dann morgen um 12 kommt dann der Suchtrupp ich finde es gut dass die sich schon mal ankündigen aber Dorfbewohner leidet unter Kälte da drin ist es 12 ah 8 ja ok ist halt jetzt nicht so geil hungrig ist wieder satt das passt einmal kurz die Katzen noch getappt und ja ich müsste halt gucken dass ich das Ganze noch irgendwie so eine Art Unterführung baue dass sie eben von A nach B kommen ohne dass sie durch den Regen stampfen müssen aber das muss dann hier eh alles nur provisorisch das wird eh alles später abgerissen noch so aber die Welsau ist tot unbenannt wie unbe... hör auf mein Kadaver zu fressen sau grimmig und furchtlos im Angesicht des Todes ein Keiler ist ein wilder Gegner ja, hab ich gemerkt ach ich hab keinen Platz für den Kadaver oder was doch da guck mal da darf der Kadaver liegen wo hast du den... ah ne ok weil bald haben die Wölfe den gefressen das wäre halt nett geil und diese scheiß Ziegen die fressen meinen Kohl die fressen einfach meinen Kackkohl oh ein Iltis zum Glück für unbenannt verpatzt unbenannt den Angriff ok unbenannt war verängstigt was ist das denn wie geil das Protokoll Protokoll zeigen ja ok da ist nichts aber der Iltis hat ein Protokoll er ist verrottet ah Gemüseabfall ok gleich kommen die Ritter den Angriff wollen wir noch spielen weil es haben wir quasi einen ja mehr im Bunde unmittelbar bevorstehend um das ganze hier ein bisschen voranzutreiben also haut mal die Kommentare noch raus was ihr jetzt sagen würdet was zum nächsten Punkt ist irgendwas wichtig wäre äh gewalttätige Erpresser gewalttätige Erpresser diese dunklen Kerkermeister wollten deine Bewohnerin da metter und zwar sofort sie musste für ihre Verbrechen gerade stehen oder eine ganze Siedlung würde dafür bezahlen es lag an dir ok es lag an dir ok von wo kommen sie denn ich hätte eben auch machen können an Ort springen hä was bist du denn status neutral marodeur ok was tigerei gebar Astrid ok warte mal jetzt wird hier erstmal eingezogen verwalten so ja jetzt sind wir doch mal hier vier Siedler du bist alleine und ich werde sowas von einfach alles auf dich hetzen was ich hab ist das einer? Angriff! Hurido! Jupptidldai! Auf zum Angriff! Ausgewischen! Auf zum Angriff! Jupptidldai! Tötet sie! Jupptidldai! Minus 70! Du bliebst standhaft und gabst ihren Forderungen nicht nach ok ja ah ok Spiel Spiel Stopp! Spiel Stopp! Wer von euch da sind Bogenschützen Nahkampf Jupptidldai! Tötet den Marv! Tötet den Marv! Ja! Oh geil! Für die Damen zu lang! Tötet Linnewe! Oh! Alter! Wir können... Ja! Wir können keine Wildsauer legen aber Menschen! Geil! Tötet ihn! Was? Nein! Der Kadaver darf gegessen werden! Was haben wir da? Kriegskabel! Kapuze! Sommerkleidung! Okay! So! Das war der erste Angriff! War doch entspannt! So! Geht wieder ans Tagewerk, meine Damen! Und bei der Feuerstelle sagen wir... Moment! Bearbeiten! Da haben wir es doch! Wir verarbeiten alles! Auch rohes Menschenfleisch! Boah! Gemüseabfälle und... Geräuchertes Fleisch! Mensch! Verarbeiten wir auch! Wir verarbeiten alles! Und auf der Schlachtbank... Haha! Nee! Schlachtbank! Bearbeiten! Wo haben wir denn Mensch? Da! Leiche eines Feindes! Ich kann auch die Siedler verarbeiten! Warten auf Ressourcen! Ja! Warten auf Ressourcen! So muss das sein! Guten Appetit! Aber... Unsere Feinde werden wir erst nächstes Mal verspeisen! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Wenn ja! Einmal liken, kommentieren, abonnieren! Das wird mir helfen! Und... Jo! Ich bin bei dem Projekt etwas unbeholfen! Seht es mir nach! Aber immerhin, es ist noch kein Biber gestorben! Ist auch schon ein Vorteil! Wir warten noch aufs Autosave! Und dann sind wir raus für heute! Aber was ich ehrlich gesagt... Was ich geil finde ist, dass ich hier kein... Wassermanagement habe! Ich kann zwar angeln! Aber irgendwie... Ja! Durst haben die nicht! Obwohl sie haben Bier! Vielleicht kommt das dann noch irgendwann! Schauen wir mal! Aber der erste Angriff ist überstanden! Unsere Siedlung ist gut! Und wir können... Gleich den ersten Gegner einfach verwursten! Schön! Schön! Freut mich! Und wegen dem Scheißregen... Muss ich mir was einfallen lassen noch! Aber in dem Sinne... Ich sag dann mal... Tschüss! Vielen Dank.